Wir hatten gesehen, dass wir zwischen der Verwertung in körperlicher Form und der Verwertung in unkörperlicher Form unterscheiden müssen. Die Verwertung in körperlicher Form haben wir uns jetzt angeschaut, also in §16 und in §17. Wir schauen uns heute das Recht der öffentlichen Wiedergabe an und das ist wirklich höchst klausurrelevant. Also wahrscheinlich das klausurrelevanteste Thema im Urheberrecht und auch eins der kompliziertesten. Genau, fangen wir an mit dem Aufbau. Wie prüft man die öffentliche Wiedergabe? In zwei Schritten, man prüft, ob eine Wiedergabe vorliegt und man prüft, ob diese öffentlich ist. So, bei der Öffentlichkeit, die müsst ihr wiederum in zwei Schritte unterteilen. Einmal das quantitative Element und einmal das qualitative Element. Okay. Kommen wir zu der ersten Voraussetzung, der Wiedergabe. Hier müsst ihr die Definition können. Das Werk wird wiedergegeben, wenn es der Öffentlichkeit direkt oder indirekt zugänglich gemacht wird. Das hier ist ein sehr, sehr weiter Begriff, beispielsweise der Upload eines Bildes auf meiner Webseite. Das wäre eine öffentliche Wiedergabe oder das wäre eine Wiedergabehandlung. Aber auch die Linksetzung ist eine Wiedergabe. Also das ist ein wirklich sehr weiter Begriff, weil früher dachte man, ja wenn ich einen Link auf etwas setze, das ist ja keine Wiedergabe, sondern das ist einfach wie eine Fußnote, wo ich auf etwas verweise. Aber der EuGH sagt, nein, auch die Linksetzung ist eine Wiedergabe und hier solltet ihr, oder ja, ich möchte hier schon mal einen Begriff einführen, der erst später im Video nochmal relevant wird. Und zwar die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Wiedergabe. So, hier müsst ihr einen sogenannten Server-Test machen, ja, so kann man den nennen und ihr fragt euch danach, wo wird das Werk oder wo ist das Werk? Wenn das Werk auf dem eigenen Server ist, dann ist das eine unmittelbare Wiedergabe. Also wenn ich das Bild auf meiner Webseite selbst hochlade, dann ist das auf meinem Server, ich stelle das Werk selbst zur Verfügung und kontrolliere auch über die Verfügbarkeit. Also ich kann das Bild löschen, wann ich möchte. Okay, das ist die unmittelbare Wiedergabe, also auf meinem eigenen Server. Die mittelbare Wiedergabe liegt dann vor, wenn ich lediglich den Zugriff auf eine von einem dritten bereitgestellte Datei erleichtere. Also das sind insbesondere diese Fälle der Linksetzung. Das hatten wir auch in meinem Video zu der Vervielfältigung gesehen. Da wurde ein Link gesetzt auf die Playboy-Fotos. Und diese Playboy-Fotos waren aber nicht auf der Webseite von dem, der den Link gesetzt hat, sondern die Playboy-Fotos waren auf der Webseite in Australien von diesem Sharehoster. Also das wäre eine mittelbare Wiedergabe, wenn ich lediglich einen Link auf eine andere Webseite setze. Okay, damit komme ich jetzt zu den Formen der Wiedergabe. Und hier möchte ich kurz erwähnen, dass ich alle folgenden Punkte aus dem Skript von Professor Oli habe. Und wichtig ist es mir hier zu betonen, das sieht jetzt wichtig aus, was ich jetzt im Folgenden sage. Das ist aber nicht wichtig, weil das Recht der öffentlichen Wiedergabe basiert auf Artikel 3 der Infosock-Richtlinie. Und diese kennt gar nicht diese Unterscheidung, die wir jetzt hier gleich sehen werden. Also, § 19 Absatz 1 ist das Recht, ein Sprachwerk durch persönliche Darbietung öffentlich vorzutragen. Also, das ist dann beispielsweise die Lesung eines Buches, da wird ein Buch halt laut vorgelesen. Okay, Aufführungsrecht, das Recht, ein Musikwerk zu spielen oder ein Theaterstück aufzuführen. Okay, Vorführungsrecht, das Recht, bestimmte Werke mittels technischer Mittel vorzuführen. Okay, 19a, das hier ist wirklich mit Abstand die relevanteste Form der Wiedergabe. Hier wird das Werk durch elektronische Mittel zugänglich gemacht, sodass es zu beliebiger Zeit abrufbar ist. Und das sind beispielsweise das Hochladen einer Datei auf einer Webseite oder die Linksetzung. § 20 ist das Recht, das Werk durch technische Mittel wie Funksatellitkabel der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist das Senderecht und dieses Senderecht, das zeichnet sich auch dadurch aus, dass immer zur gleichen Zeit halt das Werk vorgeführt wird. Also, beispielsweise die Tagesschau oder das Livestreaming, immer zu derselben Zeit. § 21 ist das Recht, Vorträge oder Aufführungen mittels Bild- oder Tonträger öffentlich zugänglich zu machen. Hier, das ist der Paragraphen für die Clubmusik. Also, wenn im Club Musik gespielt wird, dann ist der Paragraph 21 einschlägig. Okay, könnt ihr euch mal durchlesen. Wie gesagt, ist nicht so relevant. Ihr solltet euch eher an diese allgemeinen Voraussetzungen der öffentlichen Wiedergabe halten. Und zu diesem zweiten Punkt in unserem Schema, die Wiedergabe haben wir uns jetzt angeschaut und jetzt kommen wir zu der Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit, da könntet ihr erstmal versucht sein, den Paragraph 15 Absatz 3 hier heranzuziehen, der die Öffentlichkeit definiert. Ich lese das hier mal nicht vor. Und der Grund dafür ist, dass der Paragraph 15 Absatz 3 durch die Rechtsprechung des EuGH verdrängt wird. Also, in einer perfekten Klausur nennt ihr erstmal, hier bei diesem zweiten Prüfungspunkt der Öffentlichkeit, nennt ihr erstmal den Paragraph 15 Absatz 3, aber sagt dann, dass dieser durch die Rechtsprechung des EuGH verdrängt wird. Genau, hier Paragraph 19 ist zwar nicht harmonisiert, aber ja, es gibt diese sehr gut vertretbare Ansicht, dass die Rechtsprechung des EuGH für alles gilt und das ist auch sinnvoll, richtlinienkonform, überall die Rechtsprechung des EuGH anzuwenden. Genau, somit zum Ergebnis dieser 15 Absatz 3, den könnt ihr vergessen, beziehungsweise in einem Satz in eurer Klausur erwähnen und dann sagen, wir müssen aber die Rechtsprechung des EuGH beachten, weil diese verdrängt den 15 Absatz 3. Okay, und damit kommen wir jetzt zu diesem zweiten Prüfungspunkt, also erster Prüfungspunkt Wiedergabe, dass, wenn das Werk mittelbar oder unmittelbar der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, dann liegt eine Wiedergabe vor, zweiter Punkt Öffentlichkeit. So, und wir kommen zu diesem ersten Unterpunkt bei der Öffentlichkeit, zu dem quantitativen Element und hier müssen recht viele Personen gegeben sein und der Personenkreis darf nicht abgrenzbar sein. Recht viele Personen, wenn in einer Zahnarztpraxis Musik gespielt wird, dann sind das wohl nicht recht viele Personen, weil da warten zwei, drei Leute warten in der Zahnarztpraxis, das reicht nicht aus. Ihr seht, dieser Begriff der recht vielen Personen, das ist, da gibt es keine bestimmte Zahl. Das ist halt ein schwammiger Begriff. Ja, in der Klausur ist das eh unproblematisch. Ja, Punkt. Zweiter Punkt, Weiterleitung an wenige Satellitenanbieter. Das hat der EuGH entschieden. Keine Ahnung, da waren vielleicht vier, fünf Satellitenanbieter, an die das weitergeleitet wurde. Das hat auch nicht ausgereicht. Okay, ist auch nicht so wichtig. Zweiter Punkt ist ein bisschen wichtiger. Der nicht abgegrenzte Personenkreis. Weiterleitung eines Fernsehsignals an eine Wohnanlage mit 343 Einheiten ist nicht öffentlich, weil der Personenkreis abgegrenzt ist. Also man hat hier diese 343 Mieter, die auch lange da drin sind. Also das ist ja ein Mietvertrag. Man wechselt ja jetzt nicht alle sechs Monate die Wohnung. Deswegen ist hier der Personenkreis abgrenzbar. Und daher ist hier wohl das quantitative Element der Öffentlichkeit zu verneinen. So zumindest der BGH. Kommen wir dann zu der sukzessiven Öffentlichkeit. Und die ist wichtig, weil das ist immer so ein kleiner Trick in der Klausur. Sukzessive Öffentlichkeit ist vom EuGH anerkannt. Und die liegt dann vor, wenn im Laufe der Zeit ein unbegrenzter Personenkreis Zugriff hat, dann ist die Öffentlichkeit doch zu bejahen, sage ich mal. Also ein Beispiel, Weiterleitung von Fernsehsendungen in Hotelzimmer oder in Zimmer einer Kureinrichtung. Da ist die Öffentlichkeit zu bejahen. Jetzt könntet ihr ja denken, ja, vorhin war das doch auch diese 343 Wohneinheiten. Das ist doch ein abgegrenzter Personenkreis. Das ist doch beim Hotel auch so. Aber nein, beim Hotel, man ist halt, keine Ahnung, zwei Wochen oder so im Urlaub. Und danach ist man aber aus dem Hotel raus. Danach kommt eine neue Familie in das Hotelzimmer. Und deswegen ist hier zwar eigentlich ein recht kleiner, abgegrenzter Personenkreis gegeben in einem Hotel. Aber im Laufe des Jahres kommen immer mehr Personen hinzu und das ist dann auch kein abgegrenzter Personenkreis mehr. Und deswegen ist hier die Öffentlichkeit doch zu bejahen, wegen dieser Rechtsfigur der sukzessiven Öffentlichkeit. Genau, aber nicht bei Weiterleitung in Wohnanlage mit dauerhaft vermieteten Wohnungen. Ihr seht, das ist alles ein bisschen schwammig, aber okay. In der Klausur wird das eh kein Problem sein. Höchstens kommt da diese sukzessive Öffentlichkeit, die ihr dann sehen müsst und dann kurz erwähnen müsst. So, zweiter Punkt und der ist deutlich relevanter, das qualitative Element. Hier muss ein neues technisches Verfahren gegeben sein oder es muss ein neues Publikum erreicht werden. Schauen wir uns das neue technische Verfahren an. So, hier ein Beispiel, wenn Fernsehsignale abgefangen werden und dann wird dieses Fernsehprogramm in das Internet gestellt, dann ist das ein neues technisches Verfahren, was benutzt wird und dann ist das qualitative Element der Öffentlichkeit zu bejahen. Okay. Fotograf F lädt sein Bild von der Stadt Berlin auf einer Reisewebseite hoch. Dieses Bild verlinkt der Blogger B auf seinem Blog. Hier liegt kein neues technisches Verfahren vor, weil beide sind ja im Internet. Der eine eben auf der Webseite, auf der Reisewebseite, der andere auf seinem Blog. Das ist beides Internet, das ist kein neues technisches Verfahren und deswegen liegt dann in dem Fall zumindest kein neues technisches Verfahren vor, aber es könnte möglicherweise ja ein neues Publikum vorliegen. Das muss man sich in diesem Schritt jetzt anschauen. Das neue Publikum. So, und dieses neue Publikum, hier werde ich den Großteil des Videos drauf verbringen und das ist wirklich wichtig. Hier müsst ihr einige Fallkonstellationen kennen und das habe ich auch, ich sage es mal, wirklich gut hier jetzt aufbereitet. Muss ich mich mal selbst loben. Und genau, schauen wir uns das an. Ein neues Publikum liegt dann vor, wenn ein Publikum erfasst wird, das der Urheber ursprünglich nicht hatte erfassen wollen. Okay. Spiegel Online lädt einen Artikel von dem Journalisten J hoch. Jeder kann darauf zugreifen. Der Blogger B setzt einen Link auf seinem Blog zu diesem Artikel. Hier liegt kein neues Publikum vor, weil jeder kann ja auf diesen Artikel von Spiegel Online zugreifen. Und deswegen, sämtliche Internetnutzer können hier zugreifen und sämtliche Internetnutzer können bei dem Blog zugreifen. Dementsprechend kein neues Publikum und auch kein neues technisches Verfahren, weil beides ja im Internet ist. Somit ist hier das qualitative Element der Öffentlichkeit zu verneinen und somit liegt dann hier keine öffentliche Wiedergabe vor. Okay. Spiegel Online lädt einen Artikel von Journalist J hoch. Dieser befindet sich hinter einer Paywall, also man muss zahlen, um das dann zu sehen. Blogger B setzt einen Link auf eine Webseite, die die Paywall umgeht. Hier ist ein neues Publikum zu bejahen. Ihr seht den Unterschied, weil in dieser Abwandlung, da gab es eine Paywall und da wollte der Urheber nicht sämtliche Internetnutzer erfassen, sondern eben nur Abonnenten von Spiegel Online. Und deswegen mit diesem Link auf diese Webseite kommt ein neues Publikum dazu, nämlich sämtliche Internetnutzer. Das ist mehr als Abonnenten des Spiegel Onlines und somit ist das hier zu bejahen. Letzter Fall, wer E-Books herausgibt und verkauft, rechnet nicht damit, dass sie anschließend auf einem virtuellen Marktplatz für gebrauchte E-Books verfügbar gemacht werden. Somit ist bei den E-Books dann auf diesem Marktplatz, wenn dort die gebrauchten E-Books angeboten werden, ist das eine öffentliche Wiedergabe, weil ein neues Publikum erreicht wird. So der EuGH. Gut, und jetzt möchte ich euch nicht erschlagen, aber jetzt kommen wir zu einer wirklich tollen Übersicht von dem Professor Quintice. Oh ja, irgendwie so. Das habe ich ja auch aus der Vorlesung von dem Professor Leister. So, schauen wir uns das an. Verlinkung zu einem online wiedergegebenen Werk. Das ist eine Wiedergabehandlung, haben wir gesehen. Das ist eine mittelbare Wiedergabehandlung. So, jetzt stellt sich die Frage, wird eine neue Öffentlichkeit erreicht? Zunächst einmal müsst ihr dann hier zwischen einem Link zu rechtmäßigen Inhalten und einem Link zu unrechtmäßigen Inhalten unterscheiden. Wir hatten gerade die Fälle mit den Spiegel-Online-Artikeln. Spiegel-Online-Artikel sind ganz klar rechtmäßige Inhalte. Ein Link zu unrechtmäßigen Inhalten wäre ein Link zu einer Webseite, wo es den neuesten Kinofilm gibt. Beispielsweise. Okay. Wir waren jetzt aber hier bei Spiegel-Online. Wir schauen uns dazu auch später nochmal ein Beispiel an. Okay. Wir waren jetzt aber bei Spiegel-Online. Das ist ein Link zu einem rechtmäßigen Inhalt. Jetzt müssen wir uns fragen, wird ein neues Publikum erreicht? Wenn dieser rechtmäßige Inhalt, dieser Artikel, ein frei zugänglicher Inhalt war, also keine Paywall oder keine Zugangsbeschränkung, dann wird, wenn man einen Link darauf setzt, kein neues Publikum erreicht. Das war ja dieser erste Fall, den wir uns vorhin angeschaut hatten. Wenn es eine Zugangsbeschränkung gibt, also beispielsweise eine Paywall, dann müssen wir schauen, umgeht der Link, den der Blogger hier setzt, diese Beschränkung. In unserer Abwandlung war das der Fall, weil der Blogger hat einen Link gesetzt, wo man den Artikel dann ohne zu zahlen sehen konnte. Und dementsprechend wären wir dann hier bei dem Ja und wir müssen das neue Publikum bejahen. Hatte ich auch gerade schon erläutert. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn der Blogger einfach nur einen Link auf die Spiegel-Online-Webseite setzt und jetzt kommt man wieder zu diesem Hinweis, hey, ihr müsst einen Euro zahlen, dann könnt ihr das lesen, Ja, dann umgeht der Link natürlich keine Beschränkung und dann wird natürlich auch kein neues Publikum erreicht. Perfekt. Ich denke, das ist klar geworden. Und wir kommen jetzt zu der mittelbaren Wiedergabe eines unrechtmäßigen Inhalts. Und das ist der Fall GS Media. Ein niederländisches Model lässt sich für die kommende Playboy-Ausgabe fotografieren. Schon vor der Veröffentlichung sind die Fotos ohne Zustimmung des Fotografens auf einem australischen Sharehoster abrufbar. Allerdings konnte man die Fotos nur abrufen, wenn man die genaue URL kannte. GS Media bringt diese URL in Erfahrung und setzt einen Link auf diese Webseite in dem eigenen Online-Nachrichtenportal. Liegt hier eine öffentliche Wiedergabe vor? So, wir sind jetzt in der Übersicht auf der rechten Seite. Wir haben einen Link zu einem unrechtmäßigen Inhalt. Und hier müsst ihr euch dann fragen, nach der Rechtsprechung des EuGH, hatte derjenige, der den Link zu dem unrechtmäßigen Inhalt setzt, Kenntnis von der Unrechtmäßigkeit der Quelle? Also, hier diese kommende Playboy-Ausgabe, die soll ja erst nochmal rauskommen. Und jetzt wurde dieser Link dort gesetzt und man konnte schon vor Veröffentlichung der Playboy-Ausgabe, konnte man darauf zugreifen. Das ist ein unrechtmäßiger Inhalt. Jetzt müssen wir uns fragen, hatte derjenige, der den Link setzt, Kenntnis von der Unrechtmäßigkeit? So, und hier unterscheidet, oder jetzt kommt hier das zentrale Wort von dem EuGH, nämlich die zentrale Rolle des Nutzers muss hier berücksichtigt werden. Und hier müsst ihr also subjektive Kriterien heranziehen. Und insbesondere schaut der EuGH, schaut auf die Gewinnerzielungsabsicht. Hier hatten wir es mit GS Media, das war so eine, keine Ahnung, halt so eine Tratsch-Zeitschrift. Das war ein Unternehmen, das handelt mit Gewinnerzielungsabsicht. Wenn das mit Gewinnerzielungsabsicht handelt, dann wird die Kenntnis vermutet und dann müssen wir uns fragen, wurde die Vermutung hier widerlegt? Nein, im Sachverhalt steht nichts. Dementsprechend sind wir hier und dementsprechend liegt in dem GS Media Fall eine Urheberrechtsverletzung vor. Aber weil sie handeln mit Gewinnerzielungsabsicht, dann vermuten wir die Kenntnis von der Unrechtmäßigkeit der Quelle und diese Vermutung wurde hier nicht widerlegt. Somit ist die Urheberrechtsverletzung zu bejahen oder die neue Öffentlichkeit zu bejahen und damit der Eingriff in das Recht der öffentlichen Wiedergabe. Wenn wir aber beispielsweise eine Privatperson hätten und diese Privatperson setzt jetzt diesen Link auf diese Playboy-Webseite, auf den Server des australischen Sharehosters, wo man dann die Playboy-Ausgabe sehen kann, dann wären wir hier, weil eine Privatperson handelt, ja ohne Gewinnerzielungsabsicht, zumindest wenn nichts anderes im Sachverhalt steht, dann wird die Kenntnis nicht vermutet und dann kommt ihr wieder zu diesem Notice-and-Takedown-Verfahren, was wir auch schon im Lauterkeitsrecht kennen, was wir auch schon im Markenrecht kennen und so weiter. Auch im Patentrecht gibt es auch sowas ähnliches. Also da muss man fragen, wurde der Linksetzer in Kenntnis gesetzt? Also wurde die Privatperson von dem Playboy-Unternehmen in Kenntnis gesetzt? Hey, dieser Link, das ist eine Urheberrechtsverletzung, mach den Link weg. Wenn er in Kenntnis gesetzt wurde und den Link dann nicht entfernt hat, dann sind wir bei einer Urheberrechtsverletzung. Wenn er nicht in Kenntnis gesetzt wurde, dann sind wir automatisch bei keiner Urheberrechtsverletzung und wenn er in Kenntnis gesetzt wurde und den Link dann aber nach in Kenntnis-Setzung entfernt hat, dann sind wir auch bei keiner Urheberrechtsverletzung. Perfekt. Also das hier ist die Übersicht, die solltet ihr euch einprägen. Ich finde das tatsächlich, ich war in der Vorlesung, hatte mir das angehört von dem Professor Leistner und der hat das wirklich super gemacht und dann habe ich das verstanden und jetzt bin ich damit eigentlich gut gewappnet für die Klausur in ein, zwei Monaten. Okay. Komme ich zu dem letzten Fall. Die Gymnasiastin G hält im Geografieunterricht ein Referat über Spanien, das sie visuell durch eine PowerPoint-Präsentation unterstützt. Im Internet findet sie ein ihrer Ansicht nach sehr gelungenes Foto der andalusischen Stadt Cordoba. Es befindet sich auf einer Reisewebseite, auf der es mit Zustimmung des F, der das Foto aufgenommen hat, ohne Zugriffssperre angesehen werden kann. G, also die Schülerin, kopiert das Foto und stellt es in ihre eigene Präsentation ein. Das Referat wird ein großer Erfolg. Die stolze Lehrerin stellt die Präsentation der G als Datei auf der Webseite der Schule ein, wo sie allgemein abrufbar ist. F wird auf diese PowerPoint-Präsentation aufmerksam und ärgert sich darüber, dass er kein Honorar bekommen hat. Wird hier in das Recht der öffentlichen Wiedergabe eingegriffen. Schauen wir uns das mal an. Okay, wir haben ein Werk, ein Lichtbildwerk. Aktiv-Legitimation, Fotograf F ist Schöpfer, Paragraf 7. Und wir kommen zum Eingriff. Hier, Paragraf 19a, weil wir haben ja eine Wiedergabe im Internet. So, war das hier auch öffentlich? Wir kommen zum ersten Schritt. Quantitatives Element. Hier wird eine recht große Zahl an Personen erreicht, weil das ist ja im Internet, da kann jeder draufklicken. Und das ist natürlich auch ein nicht abgrenzbarer Personenkreis, weil Internet, genau. B, qualitatives Element. Wird hier ein neues technisches Verfahren angewandt? Nein, beides ist im Internet. Das eine auf der Reisewebseite, das andere auf der Webseite der Schule. Neues Publikum. Wird hier ein neues Publikum erreicht? Und hier müssen wir eigentlich sagen, nein, weil dieses Bild von dem F auf der Reisewebseite, das war ja auch hier ohne Zugriffssperre. Und deswegen müssten wir doch eigentlich sagen, beides ist frei verfügbar im Internet, somit wird kein neues Publikum erreicht und somit liegt hier kein Eingriff in das Recht der öffentlichen Wiedergabe vor. So, und hier gibt es jetzt den Clou, den ich ganz zu Anfang des Videos gesagt habe oder zumindest angedeutet habe. Hier haben wir eine unmittelbare Wiedergabe. Das Bild, das Foto, wird ja auf dem eigenen Server, auf der eigenen Webseite der Schule hochgeladen. Hier wird nicht auf die Webseite des, auf diese Reisewebseite von dem Fotografen verlinkt, sondern die Schule lädt das selbst hoch. Und deswegen, Server-Test, haben wir eine unmittelbare Wiedergabe und bei einer unmittelbaren Wiedergabe müssen wir hier dieses Kriterium des neuen Publikums etwas anpassen, nämlich bei einer unmittelbaren Wiedergabe wird immer davon ausgegangen, dass ein neues Publikum erreicht wird. Nur eine Einwilligung des Urhebers kann diese Indizierung des neuen Publikums widerlegen und hier haben wir keine Einwilligung durch den Fotografen F. Der Fotograf F. hat nicht eingewilligt, dass die Schule das Foto selbst auf ihre eigene Webseite hochladen kann. Somit wird hier ein neues Publikum erreicht und somit liegt hier ein Eingriff in das Recht der öffentlichen Wiedergabe vor. Okay, das war hier der Schnelldurchlauf. Hier seht ihr das auch nochmal in dem Aufsatz von Professor Ohli. Das vorliegende Urteil, das war eben dieses Cordoba-Urteil, macht deutlich, dass bei unmittelbaren Eingriffshandlungen in aller Regel ein neues Publikum erreicht wird und dass der Nutzer durch seine Handlung automatisch eine zentrale Rolle einnimmt, sodass eine individuelle Beurteilung anhand eines beweglichen Systems von Kriterien auf der Tatbestandsebene entbehrlich ist. Hiermit meint ja Professor Ohli mit diesem beweglichen System, dieses System, was wir hier hatten, mit diesen subjektiven Kriterien und der zentralen Rolle des Nutzers, mit der Gewinnerzielungsabsicht, ja, und so weiter. Genau, und damit sagt dann der Professor Ohli, der unmittelbare Eingriff indiziert also die Urheberrechtsverletzung, mittelbare Eingriffe stellen hingegen nur dann eine Rechtsverletzung da, wenn subjektive Merkmale vorliegen oder wenn der Handelnde eine Verkehrspflicht verletzt hat. Okay, perfekt. Hier seht ihr dann die Kontrollfragen und das war's dann von dem heutigen Video. Ich verlinke hier nochmal auf das sehr klausurrelevante Thema der Vervielfältigung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann verabschiede ich mich. Bis dann.